einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauerinnen und zuschauer liebe traderinnen und trader mein name ist mike seidel und ich heiße sie auch am heutigen donnerstag willkommen zu den täglich neuen handelsideen hier präsentiert von tickmill ich habe es heute morgen auch schon geschrieben im blog eintrag den finden sie übrigens wenn sie auf die website von tickmill gehen das ganze auf deutsch natürlich und dann auf den blog klicken da sehen sie regelmäßig die blog beiträge von mir und in der kleinen einleitung habe ich auch geschrieben gestern herrschte an den märkten einheitlich positive stimmung die märkte sind schön nach oben gedreht die indizes haben rund um den globus mit grünen kursen auf den kurstafeln reagiert auch der fallende us dollar beziehungsweise ja doch der fallende us dollar er ist wieder etwas schwächer geworden hat geholfen hier den ein oder anderen markt zu unterstützen das hat dem ölpreis etwas auftrieb gegeben auch dem euro der zuletzt sehr sehr stark gefallen ist hat das unter die arme gegriffen also allesamt ein tag wo wir doch ganz ordentlich bewegungen hatten und das ist ja genau das was wir trader hier auch brauchen für unsere setups das heißt wir sollten dorthin schauen wo die musik spielt und das ist auch der grund weshalb ich ihnen hier jeden morgen ein paar einblicke in meine gedanken bei der betrachtung der welt der indizes rohstoffe kryptowährungen zinsmärkte gebe das alles finden sie hier auf der ticmel seite auch informationen zu ticmel an sich zu den handelsinstrumenten zur trading plattform also schauen sie ruhig mal vorbei da finden sie sehr sehr viele dinge die sich zum traden auch lohnen auf alle fälle dann wie immer vorab der risikohinweis das ist ein wichtiger hinweis der handel mit devisen und cfds auf margin kann zu verlusten führen sie riskieren ihr eingesetztes kapital zu verlieren das bitte ich wie jeden morgen an dieser stelle auch zu beachten schauen wir einmal auf die nachrichten lage für den heutigen tag es gibt ein paar informationen und zwar fangen wir hier wieder mit dem wichtigsten des tages an die kommen aus den usa das ist um 16 uhr das thema schwebende hausverkäufe und um 17 uhr gibt es die rohöl lagerbestände hier ist die prognose ein zuwachs von 2,214 millionen barrel letzte woche war ja doch ein deutlich stärkerer zuwachs da ist dann der ölpreis auch ordentlich unter die räder gekommen also hier schauen wir mal was heute auch passiert übrigens wir hatten ja die situation auch in den letzten tagen dass alles ziemlich stark gefallen ist und in solchen zeiten gibt es wie jetzt wo auch politische dinge häufig mit 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 in das kontur dieser starken kursbewegungen fallen gibt es immer wieder übertreibungen und ich werde ihnen am freitag im edukativen teil an des längeren webinares einmal eine strategie vorstellen mit der sie von solchen starken überdehnungen auch profitieren können freuen sie sich schon drauf im edukativen teil geht es dann also hier die richtung trading von kurs übertreibungen zurück zu den nachrichten es gibt dann heute nachmittag in den usa um 14.30 noch etwas zum thema inflationspreis die pce kernrate wird hier für den monat april und für das jahr zum stand april veröffentlicht und dann gibt es um 14.30 auch noch die erstanträge auf arbeitslosenhilfe in den usa und um 14.45 auch noch ein wichtiger punkt und zwar der chicago einkaufsmanager index also hier ein paar nachrichten heute im laufe des tages die für die ein oder andere bewegung bei währungen oder im index auch mit sorgen können natürlich auch beim öl das darf ich nicht vergessen weil heute nachmittag ist ja ähnlich wie gestern auch einiges an informationen zum thema rohöl lagerbestände zu erwarten und damit gehen wir gleich auch in die charts hinein ich hatte es ja im blog eintrag heute morgen auch schon geschrieben ich zeige ihn den hier noch mal einfach her und zwar ging es in heutigen eintrag um die währungspaare euro hongkong dollar us dollar polnische polnischer slot die entschuldigen jetzt hatte ich den dreher auf der zunge und dann noch den britischen fund japanischen yen das die dinge die ich hier heute morgen für sie auch vorbereitet habe und als ich in der vorbereitung den hongkong dollar im bezug zum euro vorbereitet habe da musste ich auch daran denken wie schön der trade im hongkong dollar als us dollar hongkong dollar angelaufen ist wir hatten ja hier schon mal über dieses thema gesprochen und zwar als wir diese range hier oben betrachtet hat nicht zeichen ihnen die mal ganz kurz ein schauen sie wir hatten hier oben drauf sozusagen die range obergrenze wo der markt einfach nicht drüber wollte und dann hatten wir die situation einmal hier vorne dass wir so eine obere kurze range hatten wo der markt nicht wirklich nach oben wollte um und danach unten abgeprallt sind stark nach unten gefallen ist und das ist ein verhalten das sieht man häufig wenn sich eine gesamtsituation noch nicht wirklich ändert dass sowas immer wieder passieren kann und da hatten wir vor ein paar tagen darüber gesprochen über dieselbe situation hier in diesem etwas flacheren trendkanal der dann auch nach unten verlassen wurde also das hat hier auch sehr schön funktioniert dass die märkte rausgebrochen sind und dann doch ein deutliches stück nach unten reingekommen sind wo wir hier beim hongkong dollar us dollar auch einige schöne unterstützungslevel abkassiert haben also sie sehen es macht wirklich sinn diese situationen richtig gut zu beleuchten und sowas wie hier auf die watchlist zu legen weil das hier das ist kein fünf minuten chart sondern das ist ein tages chart also das konnte wirklich auch sehr sehr entspannt durch den nebenberuflichen trader getradet werden der nicht hier permanent am rechner sitzen kann das ist ja auch der grund dieser handelsideen ich versuche ihnen immer diese ideen so zu machen dass jeder von seinem zeitmanagement her mit der grundidee in seiner zeiteinheit auch was anfangen können so jetzt kommen wir zum währungspaar euro hongkong dollar ich lege ihn das gleich mal in den chart hinein was haben wir hier einen trendverlauf der hochinteressant war und zwar sie sehen es hier oben der markt ist hier schön in einem aufwärtstrend gewesen dann gab es ein seitwärts tingelei hier ist das erste mal das ganze gelaufen der aufwärtstrend hier oben ist hier in diesem bereich hier sozusagen unterschritten worden sozusagen und dann dann gab es dieses diese diesen bereich hier oben das war so ein bisschen auch bewegungstrend in dieser geschichte der letzte große trendrücksetzer war dann in diesem bereich hier um die kursmarke von 9 51 4 8 5 das habe ich ihn mal separat farblich markiert das war ein bereich wo der markt immer mal wieder ran gelaufen ist und dann dann kam der bruch von diesem bereich und der hat dann einen massiven schub nach unten gemacht noch mal einen kleinen haker nach oben in der korrektur da gab es auch schön sehr sehr schön ein umkehrsignal dass da gehe ich ja auch häufig darauf ein dass diese signale auch sehr sehr schöne wirkung haben die kann man sich sehr sehr schön auf tagesbasis anzeigen lassen dann beispielsweise durch die stunde auch nach unten treten das ist schon sehr schön nachhaltig und dann ist der markt was in einem riesen rutsch nach unten gelaufen genau hier in diesen bereich dieser unterstützung hinein also um den kursbereich von was habe ich hier geschrieben 9 0 33 49 und dort gab es gestern dann eine erste umkehr kerze die ist schon ziemlich mit schmackes angelaufen das heißt ich würde jetzt hier nicht unbedingt darauf spekulieren wollen dass wir eine nachhaltige massive bewegung nach oben bekommen das kann passieren der markt kann schon ein stück weit nach oben laufen aber das ist eher etwas für den kurzfristigen bereich wenn die positive dynamik des vortages auch erhalten bleibt dann wird das ganze bestätigt und sie sehen an dem blog eintrag den ich heute morgen geschrieben habe da war der chart noch in einer kleinen etwas anderen verfassung da hatten wir sozusagen die situation noch so wir schauen mal ganz kurz rein dass der markt hier also weiß nicht ob sie so richtig sinken aber da standen wir noch kurz unter den kerzen hoch jetzt sind wir schön nach oben angelaufen wir gucken uns das ganze auch gleich mal noch in der stunde an schauen sie hier war dieser abwärtstrend der ist gestern sozusagen gebrochen worden und jetzt haben wir hier schön in der stunde einen aufwärtstrend und wenn wir uns da mal die vorhergehenden hochkurse dieses abwärtstrends anschauen da haben wir halt schöne bereiche wo wir rein laufen können also im kurzfristigen bereich wären das dann hier preise um die 9 20 was haben wir unten 9 20 und dann hier oben kleines stückchen höher 9 20 504 beziehungsweise gefolgt dann von 9 22 1 45 und hier oben noch ein stück weiter höher die 9 25 3 9 6 als anlaufpunkte hier im kurzfristigen trading das heißt da können wir auch sehr sehr schön den stunden chart nehmen der ist jetzt ordentlich in der bewegung wenn er wieder korrigiert dann sieht das beispielsweise im fünf minuten chart so aus sie sehen jetzt hier die bewegung im stunden chart schön nach oben laufen und die fünf minuten korrigieren dann irgendwann und wenn die dann wieder rumdrehen das heißt die korrektur der stunde würde ja dann so aussehen dass wir hier etwas nach unten laufen und dann möglicherweise vielleicht sogar kurzfristig einen trendbruch in den fünf minuten erleben und wenn die fünf minuten dann wieder aufwärts laufen dann wäre es hier auch interessant hinein zu gehen das heißt was würde dann so aussehen dass die stunde etwas korrigiert und dann wieder nach oben läuft und der fünf minuten trend würde dann natürlich hier wahrscheinlich einen kleinen abwärtstrend generieren und dann wieder nach oben zu laufen beziehungsweise starke abwärts kerzen die wir dann nach oben schieben wieder haben in die korrektur hin und das wäre zumindest mal das verhalten was der markt ja auch im vorfeld immer gemacht hat in der stunde also es ist interessant auch wenn wir wissen wir haben übergeordnet einen markt der abwärts gerichtet ist ist das ganze im kurzfristigen bereich doch für den ein oder anderen vielleicht auch interessant auf der oberseite und wenn wir dann irgendwann fertig sind mit korrigieren dann steht natürlich das potenzial auch nach unten offen das heißt wenn der markt hier wieder runter läuft dann steht als erstes natürlich im bezug auf diesen abwärtstrend der momentan da ist das aktuelle korrektur tief wieder im raum das heißt wir laufen dann hier diese punkte nach unten wieder an und wenn das dann nachhaltig gebrochen wird dieses level dann haben wir die nächsten unterstützungen in hier unten diesem bereich liegen sie sehen wir haben hier einige anlaufpunkte von 8 89 317 beziehungsweise hier etwas tiefer 882 923 in diesem bereich wären dann nach dieser großen unterstützung hier die nächsten anlaufbereiche im währungspaar euro hongkong dollar also wir werden sehen was der markt hier macht und richten uns dann entsprechend auch nach diesen dingen wir haben auf alle fälle für die korrektur die etwas weiter laufen könnte wenn es der markt oben einige ziele liegen wo wir uns auch relativ günstig im markt absichern können für den kurzfristigen bereich hier auf dieser seite kommen wir zum nächsten währungspaar und da zwar ist das us dollar polnischer slotty den ziehe ich gleich mal auch mit rüber hier interessant auch im tag deswegen habe ich den tag auch für sie wieder offen wir haben hier eine sehr sehr schöne starke kursbewegung nach oben gehabt und wir hatten gestern hier in diesem leichten widerstandsbereich die situation dass der markt hier doch umgedreht ist nach diesem starken schub vom montag nein das war der dienstag gewesen hat der markt am mittwoch komplett rumgedreht die gesamte kerze wieder abverkauft also quasi noch mal kurz übers hoch drüber gegangen und und hier im bereich des tiefs geschlossen jetzt sehen wir hier schon die trendfortsetzung das heißt wenn sich diese kerze bestätigt durch weiter fallende kurse dann sind die anlaufpunkte die nächsten anlaufpunkte hier in diesem grünen bereich und auch das schauen wir uns noch mal im stundenchart an das heißt der markt von oben hat jetzt die sorge nicht die sorge hat jetzt die situation erbracht dass wir hier diesen aufwärtstrend gebrochen haben wir haben jetzt hier einen bestehenden abwärtstrend der jetzt hier in diesem bereich auch gerade wieder bei seiner fortsetzung ist und wenn diese sache weiter nach unten läuft sie sehen es im trendverlauf des des ganzen was wir hier in diesem bereich auch haben ich mache das hier unten mal ganz kurz weg das brauchen wir nicht da haben wir etwas mehr platz dann sehen wir also zu sagen auch die nächsten anlaufpunkte hier in diesem verlauf nach oben und die liegen hier auch relativ nah beieinander so dass es doch hier zu einem doch deutlichen schub auch nach unten kommen kann sie sehen wir haben hier bei 366 510 366 176 und dann hier unten die 365 432 und dann geht es hier unten schon weiter mit einigen punkten die wir hier im markt auch liegen haben also hier ist ein schönes spannungsumfeld hier können wir sehr schön die frage beantworten wer verkauft nach uns im stundenchart also eine sehr spannende situation wo wir hier doch durchaus den handel der korrektur im tagesschart auch machen können weil doch einiges am potenzial mit im markt vorhanden ist wenn wir uns das ganze mal auch anschauen wir hatten ja schon eine sehr starke überdehnung dieser letzten bewegung einfach weil diese hochkurse hier abgefrühstückt wurden wir hatten das ja auch hier unten gesehen hier lief der markt dann hoch und hier hatten wir wirklich punkte wo der markt auch massiv reingelaufen ist hier hatten wir sehr sehr viele tageshochs wo orders hätten liegen können und die lagen ja auch da sonst wäre der markt nicht so hoch gelaufen und jetzt hat halt hier das ganze ein ende gefunden und wenn wir uns das ganze untergeordnet mal anschauen hier ist schön der bewegungstrend auch eingezeichnet wir haben schon noch potenzial nach unten als korrektur da von der seite her ist es bei solchen starken übertreibungen das auch ein thema für freitag noch mal als kleiner hinweis da können wir immer ran laufen und das sind dinge die sollten wir hier entsprechend auch mit im fokus haben und damit zum dritten währungspaar und zwar das ist der britische fund japanischer yen auch hier starten wir im tageschat sie sehen auch hier haben wir wieder mal einen markt der weit in seiner bewegung steht hier haben wir auch zwei verschiedene trendgrößen ineinander fließen das heißt hier einmal das ist der ganz große trend den wir momentan abwärts gerichtet sehen und dann sehen wir hier sehr schön die korrektur trends und die bewegungstrends und der bewegungstrend steht momentan sehr sehr weit in seiner bewegung hat hier entsprechend sich selbst fortgesetzt hier unten das tief des großen trends rausgenommen und damit für die entstehung dieses großen trends auch gesorgt und jetzt haben wir hier die situation dass der markt wirklich weit in seiner bewegung steht und hat gestern hier auch eine kerze im chart hinterlassen wo man mutmaßen kann wenn es hier zu einer bestätigung kommt dann kann es über diese große überdehnung auch zu einer gegenbewegung zu einer korrektur kommen die wir dann wiederum über die kleineren zeiteinheiten traden können wir sehen jetzt hier im markt mittlerweile dass wir hier einen trend haben der nach oben läuft wir hatten hier unten sozusagen kein tieferes tief und wir haben jetzt mit dieser bewegung hier das letzte hoch aus dem markt rausgenommen das heißt hier hatten wir das letzte hoch da ist der ganze jetzt drüber gelaufen was jetzt natürlich wichtig wäre ist wenn wir hier die bestätigung bekommen wollen dass der markt aus dieser korrektur heraus weiter an stärke gewinnt und hier oben drüber läuft weil dann haben wir hier einen entsprechenden aufwärtstrend wenn wir diesen punkt übergehen und dann haben wir hier einen trend der die korrektur sozusagen des tages auch einleitet kurzfristige anlaufpunkte würden dann wieder auf den hochs die wir hier im weiteren oder im frühen trendverlauf sehen finden das heißt das wären zunächst erstmal die anlaufpunkte wenn sich dieser markt nach oben fortsetzt also er muss erstmal definitiv hier über dieses hoch drüber das heißt bei der 1 45 0 51 und dann haben wir hier oben ein paar anlaufpunkte schon in der nähe sie haben sie sehen sie in der markierung bei 145 723 146 242 in etwa und 146 740 das sind die bereiche wo der markt ran läuft hier ist dann oben schon der nächste bei 147 knapp 2 also sie sehen einige punkte kurzfristig auf der oberseite bis hier nach oben hin etwas weit luft ist wenn hier dynamik kommt dann kann das schnell gehen und das ist ganz ganz wichtig dass bei diesen trades die sozusagen aus der korrektur heraus kommen da brauchen wir oder beziehungsweise in die korrektur hinein gehen da brauchen wir schmackes ja was wir wir treten hier eine überdehnung da brauchen wir wirklich druck im markt und nur wenn dieser druck im markt da ist dass diese gegenreaktion noch anlauf dann macht es sinn sowas auch zu kaufen ansonsten traden wir halt gegen einen gegen einen markt und das kann immer teuer werden aus diesem grund sollten wir hier auch darauf achten dass genug momentum in den markt hinein kommt sollte der markt hier allerdings gleich wieder zur schwäche neigen dann war das nur ein kurzer ausflug dann haben wir auf der unterseite die nächsten unterstützung ich habe sie hier im chart auch eingezeichnet um dieses level hier drüben was wir hier sehen wo die preise immer mal hochgekommen sind und dann wieder abgespiked sind bevor sie dann nach oben gebrochen wurden das ist dieses level was wir irgendwo haben zwischen 143 121 und 142 369 hier in diesem bereich liegen diese kurse und der nächste anlauflevel wäre dann die 141 434 damit hier zum britischen fund die betrachtungsweise im chart auf tages und stundenbasis jetzt schaue ich noch mal in den chat auf facebook hinein ob ich fragen sehe ich sehe momentan keinen der eine frage stellt ich lade sie auch ein wenn sie wirklich mal einen wunschmarkt haben den sie gerne analysieren möchten wo wir einfach mal schauen wie ist denn jetzt die aktuelle situation hier scheuen sie sich nicht geben sie ruhig den kleinen hinweis im chat hier ein und dann können wir diesen chart auch für sie direkt hier live beobachten damit möchte ich mich bei ihnen für ihre aufmerksamkeit bedanken ich wünsche ihnen gute trades und ja wir sehen uns dann sozusagen morgen früh wieder um gegen 8 uhr gibt es den blog eintrag da lade ich sie wirklich auch ein schauen sie hier auf facebook direkt die verlinkung an oder aber hier wie es ihnen gezeigt habe auf der ticmel seite im blog schauen sie ruhig rein da finden sie übrigens auch unten dran für diejenigen die den youtube kanal noch nicht abonniert haben die verlinkung zum youtube das heißt sie können sich hier immer die videos entsprechend anschauen mittlerweile haben wir 32 besprechungen zu den handelsideen für sie auch drinnen die können sie wirklich auswählen hier sehen sie ist die jedes mit datum versehen es ist relativ einfach gestaltet da können sie das ganze anschauen oder aber sie abonnieren gleich auch unseren youtube kanal da können sie dann natürlich auf dem laufenden bleiben weil sie werden auch immer benachrichtigt wenn es neue videos einstellungen gibt also dann morgen früh gegen acht hier im blog und dann machen wir um 9 uhr wieder wie jede woche freitag die marktanalyse mit ein paar handelsideen dann schauen wir auf den wochenvorausblick das heißt welche wichtigen nachrichten stehen in der nächsten woche an wie ist die situation in den großen charts da hat sich doch einiges bewegt in den letzten tagen wir gucken auch mal auf den ölpreis wenn sie mögen auch auf ihren wunschmarkt und dem edukativen teil geht es dann darum eine strategie zu erfahren wie wir reagieren wenn wir solche kursübertreibungen in den märkten sehen die wir momentan auch gesehen haben an dieser stelle wünsche ich ihnen einen angenehmen donnerstag gute trades und bis morgen machen sie es gut ihr mike seile